Hey, mein Name ist Christian Zich. Normalerweise bin ich Professor für Marketing und Vertrieb an der Technischen Hochschule Deggendorf. Heute jedoch möchte ich euch mein Lieblingshobby, das DJing vorstellen, in Form eines kleinen kurzen Sets. Viel Spaß bei einem Ausflug in die elektronische Tanzmusik. Los geht's! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.